So, mal schubeln. Tag 15 mittlerweile. Das schiebe ich mal ein bisschen nach da. Damit muss man auch mal wissen, was man für Temperaturen hat, mit was man sich hier rumquälen muss. Hier, schön, dick, versprechend Kraft hier. Wir haben es morgens um 10 vor neun. Sie hat ein paar Sachen gekriegt, dann muss ich das auch mal danach wieder machen. Hallo. Schaut mal weiter hier. Moin. Und für die Leute, die nicht in meiner Meinung sind, immer direkt einen zu beleidigen. Hier, ihr könnt mich. Die Kommentare werden entweder direkt rausgelöscht, beziehungsweise die Leute werden direkt blockiert. Ihr seid nicht, wie man es immer gerne so sagen, anonym im Internet. Nein, seid ihr definitiv nicht. So, weiter. Ah, vielleicht gibt es ja wieder ein paar neue Sachen. Mal gucken. Abwendgeschäft erstmal. Neue Kleidung? Was haben wir denn? Das würde meinen Angriff um 10 Punkte erhöhen. Okay. Wie viel kostet das? 900. Okay. 900. Mach das mal. Ja, danke. So, Tops. Was würde meine Verteidigung erhöhen? Genau wie das. Abwehrkraft plus 5. Ein Set mit einer Angriffskraft plus 5. Erhöht aber auch gleichzeitig meine Verteidigung. Oh, gut. Mach ich doch mal. Wie viel kostet mich dafür? Ja. Danke. Schuhe. Set mit Abwehrkraft. Ah, dann habe ich das Set. Komplett. Okay. Reicht doch mal ein schönes. Reicht das Set. Bin ich auf den Topf wieder gekommen? So, das war es eigentlich. So. Jetzt habe ich meine fast 4.000 Minuten wieder verloren. Was tust du? Oh. So. So. Oh. Walsher Palma. Oh, die. Ja, los. Gälder. Oh. Ja. 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 Hä? Glen Rock Vier Minuten lang Wird man doch irgendwie hinkriegen, oder? Oh, wir werden doch eigentlich alles hier hinkriegen Oh Cool, was das? Ah, wow Gut so Okay Guck mal, oder? Ach du wirst Die gehen doch schon wieder Beuge die Ellbogen leicht und zieh mich auseinander Null Und weiter Ja Du, 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 du Oh, der kommt ja nicht hoch Ach so Den wir aufgegeben, gerade auch gerade Warte, warte, warte Ach so, dann wieder Ach so, dann wieder Oh, das könnte so sein, dass es heute Papaya-Retzer kommt Ob es wieder klären könnte Die Sonne nie hoch Und Zeit Ach so, dann wieder Und nun die Abschlusspose Damit verwandelst du deine Leistung in Erfahrungspunkte Ja Soweit es bequem ist Und strecken Abschluss Ja Rufen wir doch mal In rechten Daumen bitte wie gezeigt auf die ER-Kamera legen Ja, ja, bin ich doch schon da Die Messung läuft, bitte nicht bewegen Ja Und was? Acht? Oh, Päbler Eigentlich sind wir die Verbesserung holen Ja Ja Okay Schauen wir doch mal die Verbesserung scheint da zu sein Was war das? Erweiter Übungspalette Power-Palette Power-Pfasen Was ist das? Eingriffsötig Äh... Schössst du? Eigentlich wäre das da gar nicht mal so schlecht 200, warte unten 2 Wieviel brauche ich 3 Wieviel brauche ich 3 Für den Slot brauche ich auch 3700 Das heißt, ich bräuchte im Prinzip 6 Level Ne, noch weitere 3 Level Was bist du? Er wüt wieder um ein Herz Um 1000 Ich will jetzt diese Seite erstmal hier machen Das heißt, ich nehme jetzt erstmal das hier So Ich habe das Der hier ist nicht besonders stark So Jetzt kann ich erstmal nichts mehr verbessern So Schau mal weiter Was bist du? Ach nee, wenn ich diese Schaukel ja schon wieder sehe Wenn ich diese Schaukel sehe, kriege ich eine Krise Oh Komm mal los Komm mal los Äh, wie viel ist denn hier für den Pferd? Komml, komm Komml. 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 Päzisp yet, komml! Komml. 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 Päzda auf programming Ja. Mach langsam Kniebeugen. Haptisch! Oh. Oh. Das ist das. Das ist echt so ein guter Ding hier. das wäre mir lieber wenn man da ordentlich Münzen kann Oh, ich habe alle gebrannt Oh nein, da war's. Runter in die Hacke? Die ist los. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt stehe ich wieder in die Runde Jajaja So 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 3000 So 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 Ah, geht aber los, ich habe einen Scheiß vom Gesicht wischen hier. Beim Ausatmen Spannung im Bauch. Glück gehabt! Ich bin nicht in der Lage, mein Gleichgewicht zu halten. Auf dem rechten Bein stehen und dann Ohr mehr hoch halten. Langsam nach links beugen. Ich kann echt nur mein Gleichgewicht dabei erhalten. Ein bisschen langsamer. Komm her, ich kann nur eben so. Du bist ein bisschen zu schnell. Und langsam zurück. Gut, Seitenwechsel, Beinewechsel. Den cheat ich hier bei ihm. Langsam nach rechts beugen. Und langsam. Das gehobene Knie möglichst abspreizen. Den cheat ich halt ein bisschen so. Wahnsinn! Ja. Gleichgewicht hat sich gleich gut hier. Oh ja, meine Herzen auf dem Ausatmen gesagt. Das ist ja gut. Und wenn du am Herzen aufgetanierst hast, mal auf das. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Prima! Spitzenklasse! Okay! Okay! Du bist spitze! Wunderbar! Superklasse! Okay! Fantastisch! Okay! Weiter so! Superklasse! Gut! Und jetzt schneller! Genau! Weiter! Noch drei! Schön! Spitze! Noch einmal! Gut so! Tagellos! Apps ab der! Ja, mach mal! Nicht überanstrengend! Mach ruhig Pause! Nackenpresse! Und los! Beim Einatmen den Rington lockern! Okay! Jawoll! Elegant! Super! Gut so! Schön! Prima! Perfekt! Spitze! Super! Supertoll! Toll! Elegant! Gantzen! Und Zumo! Du! Ganz toll! Wunderbar! Jawoll! Doch einmal! Wahnsinn! Auf den 500 Charme! Okay! Abwärtspresse! Okay! Den Ringkorn festdrücken! Ja! Den Ringkorn weiterdrücken! Brat! Ha! Schwäge! Ja! Ja! Super! Ja! Verdient! Nächste Übung. Gib alles. Torchwills. Schön drehen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Arbeitet vor allem mit den Schultern. Links, rechts, links. Letzte geschafft. Rechts, links, rechts, noch zehn, rechts, links, rechts, links, noch fünf, links, rechts, rechts, links, rechts. Perfekt. Apps up there. Und weiter drücken. Und weiter drücken. Okay. Nächste Übung. Fangen wir doch mal an. Was nehmen wir denn? Guck mal, Bum. Was up? Okay. Und los. Als hättest du was Schweres in der Hand. Okay. Perfekt. Jawohl. Du musst spitze. Spitze. Super. Gut so. Genau. Schön. Schneller. Ganz toll. Weiter so. Noch einmal. Okay. Gut. Seitenwechsel. Ja, ich bin jetzt schon bei dir. Los. Nicht den Rücken rund machen. Prima. Spitzenklasse. Wunderbar. Okay. Toll. Okay. Weiter so. Superklasse. Die Fallgast. Toll. Boah, der ist schon weg. Doch noch geschafft. Sehr gut. Geht noch ein bisschen schneller als ich erwartet hab. Weiter. Und Level 70. Ja. Ja. Runter in die Hacke. Und hoch. Oh. Oh. Ja. Puschen wir mal wieder hier. 99 Sprungkraft. Boah, die Szene hatten wir ja schon irgendwie nicht mehr. Rengel, 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 Rengel! Ding! Ja! Was? Super Sprungkraft. Noch mal, um erneut zu springen. So! Uh! 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 So! Aha! Mit draus kann man die Kleber springen. Null. Wenn dann will ich die Gegner eher alle platt machen, um die Erfangspunkte zu sammeln. Aber aus Trinken können wir trotzdem hier. So! Boah! Boah! Ach! Natürlich weigler! Ich habe schon neben was getrunken. Dimm mal weiter in den Satz. Dimm mal los! Und auf geht's! Voila! Tumpel! Richte mich mal nach unten und drück dich zweimal zusammen. Aha! Hm! Super toll! Wenn du was aufsaugen willst, zieh mich auseinander. Toll. Da war einer von den großen Kräften... Wähle eine Übung zum Angreifen. Klappenpresse. Und los. Ein Rücken in Schultertraining. Super. Elegant. Kalt. Perfekt. Tut so. Ok. Prima. Super toll. Spitze. Weiter so. Gut. Schneller. Genau. Verankehlen. Noch drei. Jawoll. Weiter. Noch einmal. Tschüss. Ich muss jetzt auch mal die Ebene für 100% machen. Ich glaube, damit fange ich an, sobald ich das Ding mal durch habe. Ok. 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 Waffen wir doch. Jetzt bin ich über die Münze. Sorry. Joib. So, noch in den Mitteln bekommen... Alles rot, ne? Okay, wähle eine Übung. Rezeptfolge. Mein lieber So. Und los geht's. Reihe Hand aufs Knie. Schön. Gut so. Okay. Spitzklasse. Super. Weiter so. Spitzklasse. Perfekt. Okay. Fantastisch. Ganz toll. Und jetzt schneller. Gut. Ganz toll. Noch einmal. Gut so. Reaktwechsel. Und los. Schön festgreifen. Jawoll. Der Gang. Ziemann. Superklasse. Genau. Wunderbar. Spitze. Gut. Okay. Die Vollgas. Toll. Weiter so. Doch einmal. Wahnsinn. Missbrain. Ab jetzt ab in den Strafar up. Vier Zeugangriffe. Boah. Geregen wie doch nie. Bleiben die Knie und Spannung. Wähle eine Übung. So, fangen wir mal. Fangen wir mal auf. Torchwills. Schön drehen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links, rechts, noch zehn, links, rechts, links, rechts, noch fünf, links, rechts, links, tadellos. Der Gegner ist benommen, das ist unsere Chance. Power auf Aufdrehpresse. Ja. Bei dieser Übung die Knie leicht beugen. Weltklasse. Erdraffär. Weiter, drücken. Tuch. Was hast du nicht vergessen? So, was ist das hier? Einen Buckel machen. Schön. Super. Okay. Super toll. Ganz toll. Alles. Wir haben anfangen. Vor der Arbeit. Super klasse. Und jetzt krieg ich wieder ein paar Münzen wieder. So. So. Den ersten habe ich komplett verpasst. Weiter in die Hacke. Und Anstoß. Puh. Ach, wen kam noch mal? Ich bin mit der Palette, die ich habe erstmal gut überfordert. Oh. Natürlich könnte man theoretisch darüber über Monster. Hm. So. Ich habe noch gar keine Papaya. Papaya Limo. So. Getränke. Fitnessgetränke mixen. Papaya Limo. Na, kann es losgehen? Ja. Drücken. Da habe ich eine Papaya Limo. Gehen wir doch mal hin. Das haben wir bei denen. Ja, ich werde den abschließen. Oh. Yay. Ah. Ah. Danke. So. So. Das wird okay. Okay. Hölle. So. Ich wollte... Wo war das? Navigation? Ist das hier? Ja. Ich wollte die ja alle auf 100% bringen. Fangen wir doch hier mal an. Das heißt, hier fehlt. Gehen wir doch mal da hin. So. Ich bin jetzt 5000 oder mehr. Das müssen wir doch hinkriegen. Das ist ja diese Geschichte. Das ist ja diese Geschichte. Ja. Fertig. Ich gewinne mir für vor den Fluss. Neige dich beim Ausatmen zur Seite. Das trainiert die Taillen. Wie ich diese Bomben hasse. Echt klasse. Hervorragend. Ich bin doch aus dem Weg gewesen. Toll. Das war's. Arschloch. Immerhin. Oh. Ein bisschen an Erfahrungspunkte. Gab es denn auch noch? 200 Mönsen. Mönsen kann ich sowieso gut gebrauchen, wenn ich anfange, alle aufzurüsten hier. So. Was gibt es als nächstes? Super Herausforderer. Okay. Ja. Mit 9000 oder mehr. Ja. 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 Das ist fantastisch. Fertig? Los! Das geht in die Beine. Bomben kostenlich Punkte. Weiter so. Gut. Der Rücken bleibt gerade. Super toll. Immerhin. Ich habe es geschafft. Immerhin. Immerhin damit. Jetzt habe ich sie damit erledigt. 90 Prozent. Irgendeine Mission fehlt. Oh. 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 Ganz komisch. Oh. Oh. Ja, ich wollte hier. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt noch fehlt. Aufträge und Mission. Aber hier wird nichts mehr angezeigt. Sehr seltsam. Gut, dann geh ich da mal hin. Dann bist du als erstes. Okay. Ich besiege alle Monster. Gut, dann mach ich das mal. Also Monster besiegen und Erzieh erreichen. Und laufen. Eine Medaille habe ich schon mal. Eine von drei nur wieder. Guck mal, da sind schon die ersten drei. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Ich möchte gerne alle auf einmal suchen, wenn es möglich ist. Danke. Ob ich dadurch verdiene? Wollte ich mir schauen? Schönen Regen. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Körpermitte statt. Links. Rechts. Links. 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 Wenn was los ist. Also gut. Was war das? Lass mich gegen den Bauch und drehe den Oberkörper zur Seite. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Das ist doch immerhin alle. Höpst. Schönen dringend. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. 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 Rah, Spaß. jaja.. Ja. Das war die Junge, die Herzen gebrauchen irgendwie. Und das hat noch nicht eins verloren. Oh, wieder ein Vergebnis. Ja. Achte auf die Gegnerfarben und wähle eine Übung. Rezept Beuge. Nimm mal das hier. Und los geht's. Konzentriere dich auf die Oberarme. Jawoll. Gut so. Spitze. Spitze. Toll. Gut. Elegant. Genau. Spitzenklasse. Schön. Schneller. Spitze. Noch ein Grad. Okay. Gut. Seitenwechsel. Und los. Den Ringkorn beim Einatmen heben. Oh. Klasse. Kack. 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 Mähen. Kack. 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 gut gekämpft runter in die hocke und hoch abschliesssssss ich will es doch dann mit erledigt haben Das sieht aus wie so ein Tocherhelf aus einem toter Herdinfarkt hier. Das würde mich tatsächlich sogar noch schwecken. Ne, danke. Aber wir haben das dann abgeschlossen. Milchpudding? Oh! Ah! Habe ich noch kein wenig Pudding? Saison. Ne, da muss ich da hingehen. Ne, das ist irgendwas Weißes, oder? Was soll ich denn Milchpudding herbekommen? Was soll ich denn genauer? Milchpudding, ne? Ah! Ja, Milchpudding. Wo zum Teufel soll ich ein Milchpudding herbekommen? Milchpudding? Ah! Ja? Ohne Zutaten. Mineralwasser, Milch. Trauben, Sesam. Okay, wenn du mir erzählen würdest, wo ich Milchpudding herbekommen soll, würde ich das dem gerne geben. Ah! Da nochmal hin. Ich habe sowas gar nicht. Rosinenmilch? Hab ich gar nicht. Wo soll man das denn wieder herbekommen? Gut. Also, kann ich nicht machen. Schade. Aber immerhin ein bisschen erhöht hier. Uff. Das haben wir noch nicht durch. Wie sieht man das? Natürlich nicht. Das sieht man doch gar nicht wie weit. Mission 20. Ja, aber ich werde erstmal für heute eine Pause machen. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal!